Das sieht ja alles schon sehr realistisch aus. Wir haben hier drei Monitore. Ich fühle mich wirklich wie in einem Clip-Blaster. Wie realistisch wird es denn noch? Es geht ja immer weiter. Die Zukunft ist sicher Virtual Reality. Wir haben bereits die ersten Programme, die mit den Goggles laufen und das ist sicher die Zukunft und da können wir noch viel machen. Das heißt, mit diesem Brill verzichte ich dann auch komplett auf die Monitore? Nicht ganz, aber das ist in the making. Da kann ich noch nicht ganz viel zu sagen.